Hallo und herzlich willkommen zum Regiondo Training. Heute zeigen wir Ihnen, wie Sie sich auf das bevorstehende Weihnachtsgeschäft vorbereiten können. Alle Punkte, die wir heute vorstellen, stehen in jedem Regiondo-Paket zur Verfügung. Zuerst sehen wir uns die Produktgutscheine oder auch Geschenkgutscheine an. Anschließend betrachten wir die Wertgutscheine. Zum Schluss werfen wir einen Blick auf die Rabattcodes. Alle drei sind gute Optionen, um Ihr Vorweihnachtsgeschäft anzukurbeln. Besonders Gutscheine werden immer beliebter als Weihnachtsgeschenk. Als erstes schauen wir uns den Geschenkgutschein an. Ein Produkt oder Geschenkgutschein wird pro Angebot aktiviert und deaktiviert. Sie können sich bei jedem Angebot entscheiden, ob Sie einen Geschenkgutschein anbieten möchten oder nicht. Er wird auch Produktgutschein genannt, weil dieser Gutschein an das Produkt, also das Angebot, gebunden ist. Das bedeutet, dass dieser Gutschein nur für genau das Angebot eingelöst werden kann, von dem es gekauft wurde. Zur Aktivierung gehen Sie in die Angebotsverwaltung, dann in Meine Angebote und klicken in das Angebot, wofür Sie einen Produktgutschein anbieten möchten. In Schritt 7, Vorschau, kann nun die Geschenkoption aktiviert werden. Klicken Sie auf Angebot veröffentlichen, wird die Gutscheinoption für den Kunden zur Verfügung stehen, im Buchungsmodul rechts neben dem Ticketreiter. Außerdem haben Sie die Möglichkeit, in Schritt 7 den Reiter für die Geschenkoption hervorzuheben oder die Geschenkoption immer anzuzeigen. Wenn Sie den Reiter hervorheben, wird er beim Ticketkauf als erstes angezeigt. Möchte ein Kunde stattdessen ein Ticket kaufen, muss er folglich erst auf den Ticketreiter klicken. Den Unterschied in der Darstellung zwischen Geschenkoption aktivieren und Geschenkoption hervorheben, können Sie sich über das Vorschauauge ansehen, indem Sie in der Angebotsverwaltung auf Meine Angebote klicken und das Auge rechtsaußen neben dem entsprechenden Angebot anwählen. Haben Sie ausgewählt, die Geschenkoption immer anzeigen zu lassen, dann wird die Kaufoption für einen Produktgutschein auch dann zur Verfügung stehen, wenn für das Angebot keine buchbaren Termine mehr vorhanden sind. Im Gegenzug werden bei Deaktivierung dieser Funktion also nur dann Tickets zum Kauf zur Verfügung stehen, wenn auch Termine buchbar sind. Die Einlösung des Geschenkgutscheins verläuft wie folgt. Auf dem Gutschein ist eine Anleitung, welche Schritte die beschenkte Person gehen muss. Zuerst wird auf den Link geklickt und dann der Gutscheincode eingegeben. Anschließend wird ein Termin ausgewählt, also Datum und Zeit des Events, und verbucht. Die Kundin oder der Kunde wird den Preis des Angebots nicht sehen. Wenn die beschenkte Person den Gutschein bei Ihnen direkt vor Ort einlösen möchte, kann das über das Dashboard gemacht werden, indem Sie auf Buchungen und auf Gutschein einlösen gehen. Als nächstes gehen wir über zum Wertgutschein. Wertgutscheine sind Geldgutscheine und können in der Angebotsverwaltung unter Meine Wertgutscheine erstellt werden. Die Erstellung eines solchen Gutscheins ist ähnlich zur Erstellung eines neuen Angebots, nur wesentlich kürzer. Wichtig bei der Erstellung ist im ersten Schritt der Preis des Wertgutscheines und die Angebotsbindung. Sie bestimmen die Höhe des Wertes. Kundinnen können dann beim Kauf zwischen denen von Ihnen vorab festgelegten Werten wählen. Es kann kein Wertgutschein über eine undefinierte Höhe gekauft werden. Als Beispiel, in der Wertgutscheinerstellung wurden 10 Euro, 20 Euro, 50 Euro und 100 Euro als Wert festgelegt. So kann kein Wertgutschein in Höhe von beispielsweise 75 Euro gekauft werden. Bei der Angebotsbindung wird entschieden, ob der Wertgutschein für alle Angebote genutzt werden kann oder ob es eine Einschränkung geben soll. Im letzten Fall werden spezifische Angebote ausgewählt und dort festgelegt, für welche Angebote der Gutschein gültig sein soll. Der Wertgutschein wird in der Darstellung auf der Website wie ein eigenständiges Angebot präsentiert und kann, unabhängig von den zukünftig buchbaren Terminen, gekauft werden. Der Gutschein kann von KundInnen in einem Kaufprozess auf ihre Website im Warenkorb eingegeben werden. Der entsprechende Geldbetrag wird dann vom Warenkorb abgezogen. Wenn der Wert des Gutscheins niedriger ist als der Gesamtpreis des Warenkorbs, muss der Differenzbetrag über eine der angebotenen Zahlungsmethoden beglichen werden. Wenn der Wert des Gutscheins höher ist als der Gesamtpreis des Warenkorbs, wird die Bestellung auf 0 Euro gesetzt und der Restwert des Gutscheins für einen nächsten Einkauf beibehalten. Ist der Wert des Gutscheins genau gleich hoch wie der Gesamtpreis des Warenkorbs, wird die Bestellung ebenfalls auf 0 Euro gesetzt und der Wertgutschein automatisch invalidiert. Wenn KundInnen den Wertgutschein beispielsweise telefonisch einlösen, wird der Code im Feld Gutscheincode des manuellen Buchungsprozesses eingegeben. Hierzu gehen Sie unter Buchungen und auf Buchung hinzufügen. Der Wert des Gutscheins wird dann automatisch im Warenkorb abgezogen. Sowohl der Geschenkgutschein als auch der Wertgutschein können, falls gewünscht, im Design individualisiert werden. Hierzu gehen Sie auf Shop konfigurieren und PDF-Editor. Dort legen die Vorlagen auf die Regiondo bei einem Kauf zugreift. Als nächstes gehen wir über zu den Rabattcodes. Rabattcodes und Wertgutscheine sind nicht miteinander kombinierbar. Es kann pro Warenkorb nur eines von beiden eingelöst werden. Ein Rabattcode kann auch nicht zum Kauf eines Wertgutscheins verwendet werden. Außerdem muss daran gedacht werden, dass beliebig viele Codes erstellt werden können, die Kommunikation an die EndkundInnen jedoch auf ihrer Seite liegt. Regiondo kommuniziert die Codes nicht nach außen. Sie müssen sich also selbst um die Verbreitung kümmern. Beispielsweise mittels eines Newsletters, einem Social Media Post oder einem Banner auf ihrer Website. Rabattcodes können unter Umsatz erhöhen und dann Rabattcodes erstellt werden. In der ersten Zeile Code wird das eingetragen, was KundInnen nachher auf der Website im Bestellprozess eingeben sollen. Beispielsweise Weihnachten 2022. Beim Einlösezeitraum wird anhand des Kalenders eingetragen, von wann bis wann der Rabatt genutzt werden kann. Beim Eventzeitraum kann eingetragen werden, von wann bis wann das gewählte Angebot stattfinden muss, damit der Code eingelöst werden kann. Letztere Angabe ist freiwillig und kann zum Beispiel davor eingesetzt werden, Aufmerksamkeit für einen bestimmten Zeitraum, der weniger stark ausgelastet ist, zu schaffen. Lassen Sie diese Zeile frei, so kann der Code genutzt werden, unabhängig davon, wann das gewählte Erlebnis stattfindet. Als nächstes wählen Sie die Rabattart aus. Sie können entweder eine prozentuale Ermäßigung auf den Angebotspreis geben oder einen festen Wert auf die Tickets oder den gesamten Warenkorb. An der Zeile darunter tragen Sie die Prozente oder den festen Wert ein, den Sie diskontieren möchten. Die maximal angewandte Rabattmenge ist wieder ein optionales Feld. Hier können Sie definieren, ob der Rabatt auf alle Tickets oder auf eine bestimmte Anzahl von Tickets in einer Bestellung gültig sein soll. Als Beispiel. Hier wird eine 2 eingetragen. Der Kunde oder die Kundin bucht jedoch 4 Tickets innerhalb einer Bestellung. Der festgelegte Rabatt wird in diesem Fall also nur auf 2 Tickets angewandt und die anderen beiden werden voll berechnet. Die letzte Zeile legt fest, wie oft der Rabattcode insgesamt verwendet werden kann, also die Anzahl der Bestellungen insgesamt. Ein Beispiel. Hier wird eine 100 eingetragen. Das heißt, die ersten 100 Bestellungen werden rabattiert. Die Person, die also die 101. Bestellung aufgibt, bezahlt wieder den vollen Betrag. Wenn Sie Ihren Kundinnen die Möglichkeit geben möchten, dass der Code während des Einlösezeitraums unendlich oft eingesetzt werden kann, dann tragen Sie hier eine sehr große Zeile ein, die in der Praxis nicht überschritten werden kann. Zuletzt wird bei der Angebotsbindung entschieden, ob der Rabattcode für alle Angebote genutzt werden kann, oder es eine Einschränkung geben soll. Im zweiten Fall klicken Sie auf spezifische Angebote und legen dort fest, für welche Angebote der Gutschein gültig sein soll. Gibt es in dem gewählten Angebot mehrere Preislisten oder Ticketkategorien, können diese hier ebenfalls eingeschränkt werden. Eingelöst wird der Rabattcode wie der Wertgutschein im Bestellverfahren. Eine Übersicht aller erstellten Codes finden Sie ganz unten auf der Seite. Dort können Sie die Details des Rabattes nachschauen und gegebenenfalls bearbeiten, indem Sie in die Zeile mit dem entsprechenden Code klicken. Es ist ebenfalls möglich, einen Rabattcode zu deaktivieren oder zu löschen, wenn Sie den entsprechenden Code ganz links außen im Kästchen anwählen. Dann erscheint rechts oben über der Übersichtsleiste ein Aktion auswählen Dropdown-Menü. Ein Rabatt kann gelöscht werden, solange er noch nicht von KundInnen eingelöst wurde. Wurde er bereits genutzt, kann der Code nur noch deaktiviert und somit zukünftig nicht mehr genutzt werden. Es ist auch möglich, einen deaktivierten Code zu einem späteren Zeitpunkt wieder zu aktivieren. Das war's mit dem heutigen Training. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Video.